und ein generator ist mal das ganze nämlich etwas effizienter als wir das jetzt machen mit unserem zeug mit dem ofen ja ich wollte erst mal so was können wir noch lied ohr können wir brennen indium ohr können wir brennen die steine steine kommen erst mal weg es kommt auch weg quantum das brauchen wir auch nicht sense das brauchen wir auch noch im moment nicht das brauchen wir auch nicht rotenflash nein ganz oder nein sind brauchen wir auch nicht haben wir auch nicht kabel stone könnten wir gebrauchen brauchen wir aber im moment auch nicht das brauchen wir noch nicht uran könnten wir gebrauchen erst mal ein bisschen arbeiten und zwar brauchen wir jetzt eine turtl wo war denn die normale mining sensor kürzl nein nein da kürzl müssen wir aus eisen machen und das machen wir aus ok ja marble und stone gut wir müssen stein brennen haben wir wahrscheinlich schon mal gemacht Gut gemacht. So. Turtle. Ah, wir brauchen nur noch Glas. Habe ich jetzt im Moment vergessen. Vorher stehen wir in den Sand hingetan. Hier. Brenn mal ein bisschen Glas für mich. So. Das kann alles weg. Oh, Iron, vielleicht nicht. Kommt, da haben wir Glas. Brauchen wir Glas oder Glas? Glas Pain, also brauchen wir acht oder vier Glas. Weiß ich jetzt nicht genau. Dummerweise. Ich glaube, wir brauchen sogar sechs. Ja, wir brauchen sechs. Schade. Da. So. Wie viel Zeit haben wir noch? Ich gucke gerade mal nach. Ich glaube noch 15 Minuten. Ja, 20 Minuten haben wir noch. Gut. 20 Minuten. Eins, zwei, drei, vier. Ein Glas Pain. Ein Redstone in der Mitte. Und schon haben wir einen Computer. Jetzt brauchen wir eine Kiste. Dafür brauchen wir Holz. Holz. Habe ich hier Holz reingetan? Wenn ja, dann wäre das doof. Ja. So. Das Holz verarbeite ich erstmal. Denn das brauche ich im Moment nicht. Also mache ich daraus das. Dann das. 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 Iron Ingot. Computer. Chest. Haben wir. Ah, ich habe die falsch rumgebaut. Ja. Passiert. So. Sticks haben wir natürlich nicht dabei. Haben wir noch genau zwei. Ist gut. So. Schön. Diamond Pickaxe draufbauen. Jetzt haben wir auch eine Mining Turtle. Super. Jetzt fehlt uns nur. Glaspanes brauchen wir jetzt nicht. Ähm. Können wir hier einfach reintun. Jetzt fehlen uns nur genügend Kohle. Genügend Kohle. Dann baue ich jede Menge von diesen Storage Boxen. Ich hoffe, die Turtle tut das in die Storage Boxen auch rein. Und, genau. Ich wollte ein, ähm, Locker bauen. Nur damit es schön aussieht. Äh. Genau, sowas. Ah, da brauchen wir eine Trapdoor für. Okay. Also, mache ich später mal. So. Welche Gegend will ich denn verunstalten? Ach. Nehmen wir mal die hier. Ich brauche aber vorher Storage Boxen. Hallo. Denk nach. Das macht doch keinen Sinn, wenn man keine Storage Boxen dafür hat. Äh. Ich sage jetzt nicht, dass ich kein Holz mehr habe. Ja. Achso, ich habe da noch 27. Aber ich glaube, das reicht nicht. Denn wir gingen nochmal Storage Crate. Da ist Storage Crate. Ah, Sticks und außen normal ist alles. Okay. So, habe ich drei davon. Ich hoffe, das klappt. Sonst, ähm, haben wir ein Problem. Und, äh, das Ding werde ich erst nächste Woche anschmeißen. Denn das hört jedes Mal auf. Wenn ich es... Äh. Versuche, wieder anzuschmeißen. Dann... muss es den ganzen Weg von neu laufen. Also, wenn ich... Was ist denn das hier? Magnetite Ohr. Kann man auch magnetische Sachen bauen? Naja, egal. Jetzt gucke ich nächste Woche. Oder... Morgen oder... Heute Abend mal nach. Schreibe ich mir sogar dann auf. Und jetzt gehe ich erst mal noch ein paar Bäumchen fällen. Oder... Was essen. Denn wie gesagt, Möhren ist wichtig für Gesundheit. Von Körper und Geist. Deadwood. Ich möchte aber Orkwood haben. Und zwar einen kleinen Baum. Der hier zum Beispiel. Ist irgendwie komisch, wie schnell sich das Ding abbaut. Okay, da ist ein Bienen-Nest dran. Nein! So. Schade. Das ist ein Obsidian-Headshed, ne? Das bedeutet, ich muss Obsidian farmen, um die wieder zu reparieren. Dann vernichte ich die am besten, wenn die weg ist. Sonst macht das ja keinen Sinn. Die hauen ja rein, die Büsche. Ein Apfel! So, ich glaube...